Hallo, mein Name ist Klara Heidecker, ich bin 14 Jahre alt und mein Verein vor Sand war SG Ulsbach und davor ETSV Offenburg. Ich spiele Fußball seit ich sieben Jahre alt bin und meine Position ist 10er und meine persönlichen Ziele sind einfach, dass ich mich weiterentwickeln will und auch mit der Mannschaft einfach gut weiterspielen will.